Das ist ganz flott. 1.23 ist nicht schön, ne? Ne, ist nicht schön. So, dabei, dabei. Also 1.23 ist fast so schön wie dein Bild in Madden, Kasim. Ey, hast du das gesehen? Was haben die denn da gemacht, Digga? Aber ey, das einzig Gute ist, wenn ich in Madden bin, heißt das, dass ich immer noch Kohle bekomme. Echt? Ja, weil wenn du in Madden bist, das geht dann halt über die NFLPA. Und jedes Jahr kriegst du dann, wie nennen das, den Madden-Check. Das heißt, ungefähr Woche 8, so Woche 5 bis 10, dann kommen dann die NFLPA mit den Madden-Checks. Und das sind dann, glaube ich, 16.000 bis 18.000 Dollar. Was? Und dann kriegst du den, dass du ein Madden bist. Dein liefstes Jahr ist es jetzt ein Madden? Hoffentlich jetzt mein siebtes. Aber das Geile ist halt immer, weißt du, so, ey, du bist 60 overall, yes, what the fuck, man. Ich denk so, Digga, egal, Geld, Geld schmeckt mir, Digga. Stark, krass. So viel Geld, krass. Okay, gutes Rennen, Jungs. Gib mir einfach 12er-Rating und noch nicht rein.